Musik Seit rund vier Jahren besteht die Kooperation zwischen TierheimTV, Slash Tierschutzverein Hannover und dem Futtermittelhersteller Ani Monda. Sehr erfolgreich, von beiden Seiten aus mit höchster Zufriedenheit ausgezeichnet. Hinter uns ist gerade der Stand auf der Heimtiermesse. Auch den hätten wir nicht, wenn es nicht Ani Monda geben würde, die natürlich viel, viel finanzieren. Nehmen wir jetzt Katja Oehler. Katja Oehler ist die Brandmanagerin des Unternehmens. Katja, wir haben ja nun sehr häufig miteinander zu tun und das seit inzwischen vier Jahren. Warum unterstützt ihr uns seit inzwischen vier Jahren? Weil wir eure Arbeit ganz, ganz toll finden, was ihr für den Tierschutz leistet, in der Tiervermittlung. Und ja, weil wir einfach schön finden, dass wir euch dabei unterstützen können. Und für uns ist es einfach eine tolle Sache, wirklich die Leute von Anfang an, wenn sie ihre Tiere bekommen, ihnen zu zeigen, was gutes Fütter bedeutet. Und deswegen finden wir es toll, dass ihr auch wirklich so hinter unseren Produkten steht und die auch selber füttert. Es ist natürlich auch tatsächlich so, es ist für euch zielgruppenorientierte Werbung. Bei uns ist es natürlich auch tatsächlich so, wir stehen natürlich auch hinter eurem Unternehmen. Meine Katzen, die Katzen des Kameramanns, werden natürlich auch mit euren Produkten gefüttert. Wir haben natürlich auch gute Erfahrungen und wissen, da steckt auch gute Qualität hinter. Das ist so von beiden Seiten aus. Wir sind zufrieden, ihr seid zufrieden. Und wir freuen uns natürlich schon auf 2016, denn da sind wir ja eventuell mit einem noch größeren Stand auf der Heimtiermesse. Dank euch! Ja, auf jeden Fall. Also das, was ihr hier leistet gerade dieses Jahr, ist wieder der Hammer. Also das Glücksrad steht die ganze, es steht ja nie still eigentlich. Und ja, das müssen wir einfach noch größer machen und da muss noch mehr kommen. Katja, ich danke dir erstmal im Namen des Seerschutzvereins Hannover für bereits vier tolle Jahre. Und sage mal, das fünfte nehmen wir jetzt erstmal sehr schnell in Angriff. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Heiko. Danke an euch, Ani Monda. Füttern mit Herz und Verstand. Wir stehen dahinter. Vielen Dank.